Toi 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 Schütze warten. Toi Toi Toi, P3 bin ich. P4 Dekton Dekton Ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Geh das! Neidanko! Z4 ist aber auch ein geiles Gerät Ich mag ihn nicht so Das ist aber schnell und biestig Stimmt ja Obtisch eine Katastrophe Bist du Licht an? Ja Du bist ja hinter mir Hier teuer Komm schon, dieser Mann ist jetzt in unserer Weg Big push now, wir kämpfen unseren Weg durch Ich bin fast Torben, lass uns die Nuss knacken Jawohl, es geht Langsam ist er nicht, er legt mich im Arsch drüber ein Gehen Na aufer Z4 geile Geräte, oh Schwein! Ah! Was ist? Ich habe mich hier auf den Körs vertürt. Vertürt? Ja. Ich habe mich 3 Meter gepostet. Ah, verwinst. Scheiße. Jetzt gibt es ein Duell unter euch zwei hier vorne. Ne, ne? Doch. Ich muss mit ihr... Ich muss P3 verteidigen und du P1 holen. Hat er. Hat er schon? Ja, ja schon. Ich muss ja schon kämpfen, ey. Oh, jetzt bin ich da dran. Na gut, 3 Sekunden. Es gibt zwei Stellen an denen ich Zeit verliere. Das ist einmal hier der Berg unter. Wow. Das ist krass. Jetzt hier in dem Kurven, die jetzt kommt, dann hol dich immer auf. Oh, nein. Oh, nein. Oh! Zweig! Du bist ja super. Mhm. Was hast du gemacht? Oh! Ich hab Pferd gesteilt, wenn das mal wieder wird. Boah. Wo bist du denn jetzt? P4. Am P3 dran. Konzentrier dich doch mal auf den Quatsch. Ich fahr ja nicht einfach mal so los. Okay, anderes Auto und die Strecke fahr ich mir auf. Ja. Die kann jetzt los. Ist öklig. Ach komm. Scheiße ey. Fünf Sekundenstrafe. Ja. 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 Das ist ein bisschen ein Schalzimmer. 7 Sekunden wird er jetzt vor mir. Ja toll. Der dritte ist ungefähr so 2 bis 4 Sekunden hinter dem 2. 5 Sekunden noch. 2 Sekunden gut gemacht. 3 Runden hast du noch. Konzentrier dich einfach fahren. Warte bis sie gerade kommt. yards tiefer wird auch immer schön, ltd ist. parkensas envikorial nach Pech v deterior iterations Enkel bereich Nein, ich habe keine Chance mehr. Ja, ja. Was für die Fehler da machen? Nee, war so nicht bewusst, aber ja, ist einfach schneller. Also im ersten Drittel hole ich ihn ein, zwei Sekunden, mache ich gut auf ihn und in den letzten Ballen drin, dann verliere ich zwei Sekunden. Ich kann mich ganz lange absetzen, jetzt nicht. Wie gewohnt. Ich habe auch fünf Sekunden Vorsprung mehr, vier. Vier auf den fünften. Was ist die KI 80? Ja. Vierter Platz, so gut. Das war natürlich rum vorsprig. Ist nix. Dann mal Furz. Dann mal Furz. Die Beste anstehen, aber wir haben schon... Ja, bei dir jetzt, ja klar. Also du bist wahrscheinlich jetzt mit deiner Karre hier bei den 10 Sekunden rausfahren, aber ich kenne die Corvette ja, aber ich habe trotzdem Probleme mit der Strecke. Beste Runde 1, 2, 21, 1. 1, 23, 5. 2, 21, wäre ich Platz 1 gewesen, ne? Ja. Jetzt war ich noch eine halbe Sekunde schneller, ey, und zack. Dann ist schon umgeblieben. Ins Kiesbrett. Na, Curbs. Na, das sind schon neun Sekunden. Ist egal. Der fünfte kommt nicht dran. Ich fände es immer schön, wenn die KI auch Fehler machen würde, ja? Ja, manchmal macht mir Fehler. Manchmal. Oh, jetzt habe ich den 5 Sekunden Strafe da gekriegt. Jetzt sind schon noch 15 Sekunden insgesamt die Befehlung, ey. Oh, jetzt kommt noch der P5. Hallo? Ne, ne, ne. Komm. Nein. Okay, nur noch Sechster. Haha. Aber jetzt habe ich hier einen schönen Kampf, ey. Haha. Fünfter. Boah, ich will Vierter werden, ey. Da geht alles, Junge. Ich glaube, der Z4 drauf abgehen. Oder war jetzt ein Problem? Oder war jetzt ein Problem? Das könnte durchaus der Fall sein, ja. Jetzt, 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 komm, komm, Willi. Ich denke an Windschatten, früher bremsen. Windschatten, ich zieh dran vorbei. Ah, 22, 22. Bremsen. Und du mit einem komischen Bremspunkt, 21, 22. Aber ich hab's verkackt. Oh nein. Ich hab's verkackt, ey. Was bist du geworden? Sechster. Du hast es verkackt. Ja. Ah, Mann! Einfach nur geil dieses Spiel. Ich geh kaputt. Oder? Absolut, ja.